Das sind Leute auf meinem Computer. Eine Frequenz wurde entdeckt. Das muss ein Virus sein. Hast du es geöffnet? Ja. Ich auch. Zwischen unserer Welt... Was sind das für Leute? ...und den Toten. Wie lange beobachtest du sie schon? Die Frage ist, seit wann beobachten die mich? Schon bald. Es war in meinem Bus. Es verfolgt mich. ...wird das Signal stärker. Du existierst nicht wirklich. Die sucht nach einer Tür. Und wir haben sie geöffnet. Der Kontakt ist nicht zu stoppen. Oh mein Gott. Wenn du den in die Augen blickst, dann bist du infiziert. Die Invasion rückt immer näher. Frenn die Verbindung. Keiner geht raus! Balls. Was wollen die? Unser Leben. Du bist tot, bevor du stirbst.